Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute machen wir die Schokolade vs. Real Challenge! Und zwar Schokolade gegen echte Sachen! Oh yeah! Und ich stelle den beiden, ich komme hier aus dem Hintergrund, jetzt gleich diese silbernen Kuppeln hin. Dann machen sie Schere-Stein-Papier und dann darf derjenige, der gewonnen hat, sich aussuchen, möchte er tauschen oder seine Kuppel behalten. Und derjenige, der die Schokolade erwischt, der bekommt immer einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und wenn es Gleichstand ist? Dann machen wir Pecher! Ich hoffe, dass Mama ungerade Zahl an Sachen passt. Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, oh, da kommt das Erste! Runde 1! Ding, ding! Schere-Stein-Papier! 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 So, behalten oder tauschen? Behalten! Schade, man kann dadurch nichts riechen! Also, wie gesagt, wer die Schokolade hat, hat gewonnen! Beigehen da! In 3... 1... Go! Das muss alleine rein Ich höre den Schnuller-Fallschwung, Papa. Du bist aus der Übung. Ah, da steht was drauf. Zeig mal du. Anna hat auch einen Schnuller und du hast auch eine Rassel, Anna. Deine Rassel nicht. Runde 2. Und wir haben gerade geprüft. Und der Papa gewinnt irgendwie immer. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Was gibt's? Schere, Stein, Papier. Oh, nee. Verhalten oder tauschen? Das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht? Willst du tauschen? Willst du tauschen oder verhalten? Nicht riechen, Anna. Riechen ist verboten. Verhalten oder tauschen? Verhalten. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, nee. Oh, wieder ein Punkt, Anna. Machst du das? Das ist mega. Ich hab eine tolle Maus. Yeah. Ich hab auch eine Maus, aber leider lässt die sich nicht drehen. Kannst du nicht klicken damit? Nee. Meine lässt sich hier. Aber du hast den Punkt, Hannah. Oh, was kommt jetzt? Die Runde? 3. Runde 3. Runde 3. Du hast schon zwei Punkte, das passt. Schere, Stein, Papier. Nein, wir müssen schnell. Ach so. Schere, Stein, Papier. Jetzt bin ich dran. Oh, das ist jetzt schwierig. Nicht abfassen, nicht riechen. Ich will tauschen. So, jetzt. 3, 2, 1, go. Ahaha. Ah, cool. Ich hab... Ja, der ist ja eben auseinandergebrochen. Zeig mal das andere Teil. Was habt ihr da? Schraubenzieher. Und wie schmeckt da einer? Und? Das ist aber Gummi, oder? Ja, und er ist hart, aber... Runde 4. Runde 4. Schere, Stein, Papier. Das gibt's nicht. Schere, Stein, Papier. Ich darf kaputt schneiden, nix. Boom. Nicht riechen? Oh, no. Ich tausche. Ich frau der Mama nicht. 3, 2, 1, go. Oh, no. Du musst die Lippenstutze austragen. Lecker. Oh, ah. Was sieht das du das nicht öffn? Nimm doch die Kuppel, damit du reingucken kannst. Ach, das grün ist nicht sehr. Kann ich nicht sehen. Nein, 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 nein. Dann legt Teller. Ich. Mach auf. Funktioniert irgendwie nicht. Aber schmeckt super. Dafür schmeckt deiner besser. Also ein bisschen mehr Mühe hätte zu geben können, das kann ja Anna besser. Komm her, ein Knutschi. Wieder ein Punkt für Anna. Komm, ein Knutschi. Komm her, komm Püppi. Nicht an die Klamotten abwischen. Nicht an die Klamotten abwischen. Nein. Oh, nee. 5. Hanna hat schon 3 zu 1. Runde 5. Nicht anfassen. Don't touch. Stein, Papier. Keere, Stein, Papier. Aua, 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 aua. Ich hab wieder. Ene, mene, Miste. Es rappelt in der Kiste. Nein, mach den schönsten Schuh. Soll ich für dich machen? Nein. Nein, ich behalte mal. 1, 1, 1, go. Nein. Wieso nein? Du hast einen Punkt. Ach, ich hatte einen Punkt, aber kein Handy. Gehört mir. Was beiß ich denn mal ab? Den Homebutton. Oh, der fällt auseinander. Oh, noch da eins. Ja. Oh, cool. Leg mal um. Sieht aus wie das andere. Zeig mal nebeneinander. Nee, nicht mehr. Ähnlich. Aber Papa hat selbst angefressen. Dafür kriegt er einen Punkt. Wir haben jetzt Runde 6 und die beiden müssen die Augen zulassen die ganze Zeit. Ich sag euch bei Xing, Shang, 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 was rausgekommen ist. Und weil das hier ist ein bisschen zu hoch. So, Augen zulassen. Xing, Shang, Shang. So, ihr habt beide Schere. Xing, Shang, Shang. Hanna deckt mit ihrem Papier den Papas Stein oder wickelt den Stein an. Willst du deinen beiden? Verhalten oder tauschen, Hanna? Tauschen. Okay, warte, ich tausche. Auto. Wo ist der Deckel? Hintgreifen. Wo ist der Deckel? Eins. Runtergreifen einfach. Zwei. Und hoch und Augen auf. Oh, na. Oder ist das? Ne, doch, ist ein Schokoschuh. Ich wollte schon sagen. Boah. Mh, Schokolade. Der Schuh stinkt. Guck mal. Ich hab den Hacken abgebrüßen. Musst du auch machen. Zeig dir ein Schokoschuh, Mann. Damit hat Mama... Ich kann da in der Proberunde mitlaufen nachher. Ich lass ihn mal riechen. Oh, das riecht gut, stimmt? Und schmecken tut er. Oh, nee. Oh. Na, ist trotzdem mein Punkt. Runde sieben. Schere, Stein, Papier. Ich darf. Oh, oh. Ich nehme wieder. Drei, zwei, eins. Ja. Was hast du denn da? Ich hab ein Riesenhaar. Für Heiko. Und was hast du, Hannah? Ein Riesenhaar. Für Hannah. Na, mein Punkt. Aber ich liebe Schokoschuh. Ein Riesenhaar-Punkt für Papa. Runde A. Runde A. Schere, Stein, Papier. Oh, nee. Den? Den willst du an? Tauschen. Okay. Drei, zwei, eins. Go. Ich muss das Ei auf... Hannah, du hast doch mal den Punkt mit dem Schokoschuh-Ei. Machst du wenigstens auf. Hartgekorb. Sei froh, dass ich dir kein Ruhes anbiete da. Oh, da ist ein Schnabel drin. Wollt ihr sehen? Nein. Und was hast du? Da ist doch auch was Gelbes drin. Ein Weihnachtsmann? Echt? An der Korn? Ja. Runde neun. Und beide müssen wieder die Augen zumachen, weil es wieder zu groß ist. Schere, Stein, Papier. Au. Was hast du? Äh, Papa schneidet, Hannahs Papier. Du darfst aussuchen, du darfst aussuchen. Ich behalte das, was vor mir ist. Ja. Eins, zwei, drei. Ahaha. Ja. Sag ich mal was zuerst, Papa. Ich hab eine Flasche und eine Handel. Oh, na, na, da brauchen wir Muckis für, ne? Und brauchst du für deine Augen Muckis? Mhm. Kaumuckis. Oh, jetzt geht's leichter. So, Runde zehn, die beiden haben wieder die Augen zu. Warte. Und los jetzt. Schere, Stein, Papier. Was hattest du? Du hattest Papier und Parade, Schere. So, ich darf aussuchen wieder. Ich nehme das, was vor Hannah steht. Okay, dann. Ich werde die Augen aufmachen. So tauschen. Ich glaube. Mittagessen. Zeig mal deinen Knuspern, Anna. Auf der anderen Seite ist auch was. Kann man die essen? Nein. Kann man nicht essen, auch wenn man das probiert hat. Deshalb sind die so angeknuspert. Oh, da. Ist die denn voll oder ist die ruhig? Schnucki, ess das über dem Tablett, bitte. Weiß rein, los, richtig. Du bist ruhig, oder? Ein Punkt für Hannah. Steht's Gleichstand? Jetzt ist wieder Gleichstand. Ich hoffe, dass du noch was hast. Ich hab noch was. Wie viele noch? Weiß ich nicht. Oha. So, Runde 11. Wieder etwas, was zu groß ist. Jetzt könnt ihr. Schere, Stein, Papier. Beide Papier. Schere, Stein, Papier. Beide Stein. Papier. Papa, la, papp. Papa, la, papp. Schere, Stein, Papier. Hannah hat Schere, Papa hat Stein. Stein, mach Schere kaputt. Okay, tauschen oder? Ich behalte das, was ich habe. Drei, drei, eins, guck. Oh ja. Oh ja. Tja, Hannah. Zeig mal, was du hast, Schnucki. Und was hat Papa? Hey, was zum Spielen. Aber guckst du noch nicht. Was denkst du denn, wem die gehört? Nini. Mia. Näh. Hier. Jana. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass du das Paket kriegst, aber... Ich kann hier an. Man kann es ja so schön reden. Man kann es sich schön reden. Oder geht sie an? Geht sie an, tatsächlich? Die geht schon an. Piu, 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 piu. Nein. 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 Das kannst du spielen. Ich will nur gucken. Nein, das ist meine. Nein, ich will einfach nur gucken. Nein, nein. Ich will nur angucken. Ich richte sie gerade nur ein. Europa? So, wie viel steht es jetzt? 6 zu 5 für Hannah, ne? Nächste Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Hannah hat jetzt wie viel? Ich glaube, es steht 6 zu 5, aber die Zuschauer ist noch besser. Stein, Papi. Oh, ich darf wieder aussuchen. Verschämtheit. Unverschämtheit. Eine, meine Kiste, die nehme ich. Eine, meine Kiste. Und du bist weg. Sau, nein. Gleichstand. Gleichstand. Oh, gucke mal. Ich habe doch gewusst, dass es irgendein Fischstäbchen brate. Du hast es gerochen, dass die Fischstäbchen brate, ne? Hm, gucke mal. Ich habe eh Hunger. Mach mal letztes Mal Sternschere, Papi, Schere. Genau, und derjenige, der das jetzt gewinnt, der hat wirklich die Challenge gewonnen. Ja, gut, dann würde ich sagen, das ist halt Gleichstand. Und wir haben beide gewonnen und beide verloren. Je nachdem, wie man es sieht. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sieht aus, als hättet ihr beide Spaß mit eurem Gewinn. Die Schuhe sind mir ein bisschen zu groß. Wieso sind die zu groß? Sie passen nur fast perfekt. Und die Hantel für Abendtraining und Papa dudelt. Hey. Was? Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.